Ach ne! Besser sind wir wieder auf, dass wir mal. Du musst den nächsten Druck nehmen, oder? Hey! Hey! Verlegung ist das klassisches. Kuck, ich sag, normal, ich hab nichts in der Augen, ich hab nichts in der Augen. Ich hab nichts in der Augen, ich hab nichts in der Augen. Das ist ja genau so gut, weil ich so. Okay. Stahl! Schumann! 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 Schumann!